Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß. So, die Special Episode hat, soweit ich weiß, ähm, fünf Episoden, sag ich mal. Also fünf, fünf spielbare Charaktere, die mit der Hauptstory eigentlich nichts zu tun haben. Nochmal neue Charaktere, etc. Ja, auch. Und bei dir? Ja, kann ich klagen, soweit. Ich hab das Gefühl, ich werd nicht mehr ganz gesund, weil ich bin immer noch erkältet. So seit gefühlten 20 Jahren. Aber egal. Passt schon irgendwie. Mein Kaffee ist noch zu heiß, ich kann den noch nicht trinken. Mano! Diese Spielereihe passt sich von dir, äh, den von dir getroffenen Entscheidungen an. Ja, dachte ich mir. Teltel Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment. Das Auto war es hier vorne gerade lang. Das ist doch niemand auf der Straße. Die fahren doch niemand auf der Straße. The Walking Dead. 400 Tage. Ach, das bin ich auch gefühlt. Ja, okay. Ist schon ätzend, ne? Nicht mehr gesund werden. Immer wenn man pennen gehen will, ist die Nase dicht. Kann kaum atmen. Schon ätzend, ey. So, ich hoffe, das geht mit dem Sound so. Ich hoffe, das geht fit. Kennen wir davon irgendwen, ne? Lee da oben vielleicht. War das eben Lee? Das sind wahrscheinlich die Charaktere, die wir spielen können, oder? Ja, ich schätze ja. Shell, Bonnie, Russell. Wiat. Wind und Vince. Wiat. Was ist das denn für ein Name? Ich würde sagen, wir fangen chronologisch an mit Vince, oder? Wollen wir machen? Oh mein Gott. Der dieses... Der Dieselpreis. 1,98... Boah, ist 1,98? Ja gut, du musst umrechnen, ne? Von Dollar in Euro. Obwohl, ist ja fast 1 zu 1, glaube ich, ne? Ist Dollar nicht sogar ein bisschen weniger wert? Ja, ne, mehr. Ich glaube, dann sind das so, weiß ich nicht, 1,70? 1,80? Wir fangen auf jeden Fall jetzt mit. Wie hieß er? Ich habe dir gesagt, ich habe dir bereits gesagt, es war nicht ich, Mann. Mann, komm mal. Ich habe dir gesagt, es war 20 Mal. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass du... Oh. Da war der Drugstore aus Episode 1. Oh, shit. Oh, fuck. Oh nein, er hätte dich eigentlich behalten sollen, oder? Den Finger abdrücken und so. Na, ist egal. Eigentlich prinzipiell. Wins, Tag 2. 1 Dollar sind 0 Euro, also 0,8 Euro, ja, sind 83 Cent circa. Ja, ich weiß nicht, Mann. Ja, ich weiß nicht, Mann. Wir haben einen 55-Jährigen. Wir haben einen 55-Jährigen. Ich kann nicht hören, diese Scheiße noch nicht mehr. 2 Stunden. Ich glaube, es wird schnell sein? Was bin ich? Der Traffekt, Mann? Ich bin ein Traffekt, Mann. Ich bin ein paar Stunden vorhin. Ich werde mich auf das. Oh, relax. Es ist nicht deine Schuld. Ich kann nicht glauben, dass diese Scheiße zu lassen uns rohieren. Was ist das, Mann? Was? Du kennst das. Jesus, die Leute. Willst du mich machen? Ja. Hey, Vince! Justin wird mich machen. Es ist zu heiß für diese Scheiße. Vince! Ich mache ihn heiße jetzt. Ja, Danny, du machst mich heiße. Willst du immer wieder quitter? Wie sonst werden wir die Zeit? Hey, Mann. Was ist das, Mann? Was ist das, Mann? Was ist das, Mann? Hey, Justin. Sie sehen den Mann in der Bedeutung? Ich glaube, er lebt in der Bedeutung. Ich glaube, er lebt in der Bedeutung jetzt. Wahrscheinlich hat er seine ganze Haus. Lebensverschuldigung. Scheiße, ich glaube, du hast ihn verraten. Du hast ihn verraten, Mann? Ich habe ihn verraten. Ich habe ihn verraten. Ich habe ihn verraten. Ich habe ihn verraten. Wie alt war sie? 15? Dammit, es ist nicht so. Du sagst mir, es gab keine Star-Witnesses, in der Bedeutung in der Bedeutung? Ich bin schockiert. Wir sind alle in der gleiche Bedeutung hier. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, ich bin nicht so. Ich sage dir was, Mann. Ich weiß, Mann. Ich bin nicht Angst, was zu sagen. Ich bin wirklich verraten meine Freundin. Ich glaube, sie ist ziemlich verraten. Ich glaube, sie ist ziemlich verraten. Ich habe ihn verraten, Mann. Ich will, aber... Ich liebe sie, Mann. Du solltest sie aufbauen, wenn wir da sind. Wir müssen uns aufbauen. Wir müssen uns aufbauen. Nein, das stimmt, Mann. Das erste Telefon, ich bekomme. Danny, ich weiß, dass du das nicht verratenst, weil du dich bist. Aber du hast wahrscheinlich verraten der Bedeutung der Bedeutung der Bedeutung. Big talk von White Collar da hinten. Wie viele Leben hast du verraten, Mann? Wer weiß. Hotter denn hell up in hier. Ich bin dehydraten. Hey! How about some water back here? Shut up back there! I thought you took the stand and cried your eyes out. Didn't you lose your shit and tell them you didn't know what you were doing? I lied. Turns out I'm good at that. You lied on the stand? See, that's the kind of shit I could never do. Religious? Nah, Mann. Watch a lot of cop shows? Nope. What, then? It just ain't right. I gotta admit, I'd say anything to get out of doing more time. You guys are messed up. Says the criminal. You wanna know the funny thing? I don't regret any of it. I carried my victims for years. They knew what they were getting into. And now here I am, and there they are, and Wall Street assholes pulling the same scores are smiling on TV. Fuck that. How'd it all work, anyway? It was like, uh, a pyramid scheme. Easy. I didn't think about it. How much did you make off with, anyway? Enough. So like, a couple hundred K? A little over a hundred. Million. Goddamn, boy. Ho ho. When we get out of here, you, me, and Vince, we gotta go into business, know what I'm saying? You know, I don't actually know if I'm going into business, nothing about you, Vince. Maybe he's a priest. Yeah, Father Vincent. I bet he touched a kid. Two kids? You touch a couple kids, Vince? I helped my little brother. They send you to prison for that now? He was in trouble. I had to help him out. I knew it was something stupid. You regret it, man? If you're saying what I think you are, I got respect for you, man. But that's a hard thing to carry, you know? Doesn't really matter. What's done is done. I hear ya. How'd they get you? Tossed the gun up on a roof. And? It was a good throw. And a roofer found it the next day. You gotta be kidding me. Man, you're bad luck, Vince. Bad luck, Vince. Haha. That's not bad. What do you think, Justin? Shut the fuck up. What the fuck are you gonna do about it? Fuck you. Fuck me? Fuck you, motherfucker. Oh, shit. Oh, man. What the hell is going on back there? Grab tree, knock it off. Yeah? Yeah? Hey! Get in there, man! Sit down, goddammit! That's right. Anyone know this guy? Nah, man. No idea. Damn it, crab tree! Don't make me come back there now! He's gonna kill him, Vince! Let the guard handle it, guys. Fuck that! We gotta get in there! You do not want to get in the middle of that shit, Danny. Vince, we gotta do something. You know this ain't right. I'm not doing any more time to save some stupid asshole. Where's your empathy, man? Help him, Danny! What's that? Speak up, boy. I can't hear you! Fuckin' chain's too short! Crab tree, I'm warning you one last time, goddammit! You gotta get in there! You gotta get in there! Get yourself in there and break that shit up now! Come on, boy! Get back there! Okay, asshole! Let him go! Get in between them, goddammit! He's gonna kill that boy! Crab tree? Last warning! What are you waiting for? Knock him out! Let him go, goddammit! What? What? What the fuck was that? Fuck! Jesus! What happened? What did you do, boy? Goddammit, boy! Answer me back there! Yeah, that guy's still alive! Get those cuffs off him, man! What the hell was that? He... He made a move on me! I... 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 I don't know! He's still breathing? He's, uh... Fuck! You gotta call someone, man! What? I'm calling this in! Don't... Don't call it in yet! Just... Just wait, okay? Just give me a damn minute! He might still be alive! Call a damn ambulance, man! I just need a minute! I need a minute to think! You ain't got a minute! Shut up! You hear me? Just shut your mouth! Digga, der sollt ins Gefängnis! Okay, okay. Calm down! Take it easy! I'll calm down when you quit running your fucking mouth! Everybody needs to calm the fuck down! Situation's bad enough as it is! He's right! Let's all just take it down a notch, okay? You really want to pull that trigger again, son? You really want to pull that trigger again, son? Heilige Scheiße! Thanks, man! What the fuck? Puh! Weiß, als ob er ihn einfach umgeböllert hat, ey! What? You see that? Yeah. I saw it. Anstatt K.O. zu bellern oder so. K.O. zu schlagen? Nö. Hey, you gotta get us the hell out of here, man! We're not going anywhere! Fuck that! Get this bus moving! Hey, driver! Let's go, man! We're staying right here! We're safe inside the bus! Nothing's gonna... Holy shit! Ja! So viel zu dem Thema. Oh my god! Hey! Hey! You need to call someone! You hear me? We need to... Did he just bail on us? Oh, Jesus! Why are we going with him, dude? Back up, back up! Fuck! 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 He can't reach us. You sure about that? That ankle's gonna get... Shit! What are we doing, guys? Come on! We gotta do something! I'm trying to think! Find a weapon! What kind of weapon? Where's the guard's gun? Yeah! Yeah, the gun! Good thinking, Justin! Where the fuck is it? I think he fell on it. It's underneath him. Oh, fuck me! Oh, leck mich! Sagt er ganz richtig! Sagt er ganz richtig! Oh, lol! Get the gun, man! Get up, Vince! Hurry up! Shoot this asshole, Vince! Do it! Oh, lecker! Man, I can't believe this shit! Can you believe this shit, man? No. We gotta find some way to get out of here! Shit! Nee, rauf schießen ist dumm. We can't do anything until we get out of these damn chains! We can't do anything until we get out of these damn chains! Maybe he's got the keys on him! Leute, er lebt noch. Also gleich, wieder, meine ich's. So, wieder zu dem Thema. That's not gonna hold. Vince, fire the fucking gun! Shoot him again, man! Woah, woah, watch it! Ain't gonna work. Ach shit, hat wirklich nicht geklappt. Muss auf den Kopf ziehen, leider. I think you just pissed them off. Yeah. Yeah, save the shells. Point. How the hell are we gonna get out of here? There's gotta be away. Can't we just shoot off the chain? Habe ich schon versucht! Vince, was ist denn mit dir? Vince, what the fuck? Oh, woah, woah! Hey, I know you're a good guy. You're gonna do me and not this rapist fuck? Sorry, Vin. No, 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 you can't! Can, warum kann ich nicht meine eigene nehmen, Alter? Muss das sein? Kann ich nicht einfach warten? Vince, think of my family, man. como si no, 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 no... Kann ich nicht mitnehmen? Komm schon! mittragen oder so. Oh, als ob ich jetzt wen opfern musste. Warum? Okay, das war die Episode von Vince, Leute. Ja, die Episoden sind sehr kurz, nur so nebenbei. Ich glaube, eine soll so 20, 30 Minuten gehen. Das heißt, wir haben immer eine Folge pro Episode. So, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet ihr den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.